Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 2.2.2017. Martin Rechsteiner ist heute für euch da. Komme direkt von der Mansworld in Zürich und spreche noch ein paar Nachrichten ein, damit ihr die morgen früh auch direkt bei eurem Podcatcher der Wahl habt. Ich habe mit dabei für euch Hyperloop, Telefonieren in der EU, Facebook-Streaming, Nest und Generali, Boston Dynamics, Bugfixes für AirPods, Ikea-Hacking und Instagram-Mehrfach-Post. Beginnen wir wieder ganz von vorne. Wie gestern hatte ich das Thema mit Hyperloop und dass Elon Musk ein paar Teams aus der ganzen Welt eingeladen hat, die das Ganze ausprobiert haben und ihre Modelle vorgestellt haben. drei haben dann quasi gewonnen sind, ins Recall gekommen, darunter ein deutsches Unternehmen, ein holländisches und ein amerikanisches von der MIT. Und ja, jetzt hat Elon Musk den Hyperloop, in dem Sinn quasi die Konstruktion, was es eigentlich mal werden sollte, ein bisschen genauer vorgestellt. Und wo passt sowas besser hin als in Dubai und Ähnlichem? Und da wird schön gezeigt, wie man als kleiner Mensch, der auf dem Stuhl sitzt, dann kurz auf die Rolltreppe geht und dann in den Fahren das bewegendes Gerät, das einen dann weiterbringt. Hauptsache nicht mehr viel laufen. Ja, ein bisschen übertrieben, aber ganz genial eigentlich, wirklich von einer Fortbewegung vom kleinen Gerät, separaten Gerät, wo man eigenständig reisen kann und dennoch mit anderen unterwegs ist. Wer sich das genauer anschauen möchte, in den Shownotes auf daily.geektalk.de habe ich ein kleines Video dazu verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Wenn ihr Feedback dazu habt, natürlich gerne in die Kommentare oder schnell einen Tweet oder auf Facebook was dazu schreiben, würde man uns natürlich freuen. Facebook ist ein gutes Stichwort, denn da gehen wir jetzt hin. Wir haben Streaming auf Facebook. Facebook möchte ihre, oder besser gesagt ihre, möchte eine Streaming-App, eine Video-Streaming-App auf TV-Boxen bringen, sowas wie die Google Chrome oder eben auch die Apple TV. Und da möchten sie natürlich ihr Format, sprich das, was bei ihnen als Video rausfällt, auf die große Box bekommen. Macht ja Sinn, weil aktuell sind, ich glaube es, um nicht ganz zu viel Halbwahrheiten zu verraten, genau 50 Minuten verbringt der durchschnittliche Nutzer auf Facebook, wenn die Statistik stimmt. Und mit so einer App könnte man das Ganze natürlich ein bisschen noch ausweiten und ja, Facebook ein bisschen noch mehr in unser Leben bringen. Wer aufgepasst hat vor, hat sicherlich bemerkt, ich habe ein Thema übersprungen. Genau, Telefonieren in der EU. Schon seit langem, langem, langem ist ja so, dass man in der EU diese Rooming-Gebühren abschaffen möchte. Das heisst, wenn man ins Ausländer in die Ferien geht, dass man nicht mehr so viel fürs Telefonieren bezahlt, für SMSen und auch Daten. Telefonieren, das wird klappen auf diesen Sommer, auch SMSen. Telefonieren, so die Obergrenze soll bei 3,2 Cent pro Minute liegen, ein SMS bei einem Cent pro Stück und Datenvolumen wird schrittweise angepasst auf 7,70 Euro pro Gigabyte. Und ab dem Jahre 2022, also noch ganz, ganz, ganz lange her, da geht es dann auf 2,50 zurück. Ich bin mal gespannt. Wir Schweizer sind ja, wie wir es sicherlich mitbekommen hatten, nicht in der EU. Somit werden wir davon nicht betroffen sein. Ich hoffe doch, dass doch der eine oder andere Provider, auch hier in der Schweiz, mit dem einen oder anderen Provider da drüben in der EU, den einen oder anderen Abkommen unterzeichnen kann und wir dann auch ein bisschen weniger bezahlen müssen. Obwohl, in meinem Abo habe ich ja aktuell genügend auch Ausland surfen. Aber mir geht immer, würde ich doch behaupten. Smart Home, auch immer wieder ein Thema bei uns im Pogipsi oder im Projektausbau-Blog. Natürlich auch im Geek Talk, da kommt nächstens wieder ein bisschen was. Und da gibt es Neuigkeiten. Die ganzen Nest-Produkte gibt es ja nach und nach jetzt auch in Deutschland zu kaufen. Österreich und Schweiz schaut aktuell noch nicht so aus. Zumindest Österreich soll folgen. Und da gibt es Neuigkeiten, denn anscheinend will oder wird Nest oder anders gesagt Google mit einer Versicherung der Generali oder besser gesagt einer Tochterunternehmen von denen, Cosmo Direkt, eine Partnerschaft eingehen. Wie das Ganze genau ausschaut, ob da euer Versicherungsmakler nachher bei euch in die Hütte schauen kann, das wahrscheinlich nicht, aber Feuermelder und solche Geschichten ist ja obligatorisch geworden und somit sicherlich nicht eine doofe Geschichte. Bis zu 50% soll man anscheinend sparen können. Genaue Daten und was da alles damit passiert, wird nächstens folgen. Wir werden euch natürlich, je nachdem, wenn es passt, auf dem Laufenden halten. Von etwas, was ich schon länger Angst habe, ist Google. Aha, nee, Quatsch. Oder doch? Ja, dürft ihr euch selber eine Meinung bilden. Nee, Boston Dynamics, eine Firma, die sich ja Google da mal einverleibt hat, verleibt hat, früher Militärroboter gemacht hat und heute so einen Hund, so einen süßen Kassihund, den man nicht umschutten kann, auf den Markt gebracht haben. Die haben jetzt einen neuen Roboter gezeigt. Der fährt auf Rädern, der kann hüpfen, der kann Pakete in die Hand nehmen, also Lagerarbeiter und was weiß ich noch, was immer, ist nicht mal, also ziemlich überhaupt nicht unbeholfen, macht seine Arbeit ziemlich gut, wie gesagt, hüpft auch über Dinge, kann auch mit Rädern fahren und dann ziemlich gut ausbalancieren. Also all das macht mir schon extrem Angst, wenn ich so bedenke, ja, soll ich jetzt noch mal was Böses über Google sagen oder kommt dann so ein Gerät auf mich zu? Macht euch mal Gedanken drüber. Es gab ein Update, meine beiden Mi-Podcaster im Geek Talk, dem Mutterformat, haben ja die AirPods in Betrieb und wir wissen auch, einige unserer Hörer haben das und dafür gab es jetzt ein Update. Das Ganze wird automatisch ausgerollt, sprich, es kann sein, dass es bei euch schon drauf ist, könnt ihr nachschauen. Das bringt vor allem so ein paar kleine Veränderungen. Was genau das als große Änderung gekommen ist, habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, können mir aber vielleicht meine beiden Mi-Podcaster mitteilen. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht werde ich ja auch bald mal dazugehören. Es gab mal eine Plattform, die sich, also bis gerade einen Blog Ikea-Hackers, der wurde von einer Bloggerin aus Amerika geführt, wenn ich mich richtig entsinne, und die wurde ja von Ikea abgemahnt, mehrfach, dass sie zum einen entweder die Domain abtreten muss und nichts mehr da machen darf oder kommerzielle Werbung abschalten sollte und so weiter. Die Seite gibt es heute noch, also so erfolgreich war die Klage nicht. Mittlerweile hat aber Ikea begriffen, dass das eigentlich eine sehr doofe Idee gewesen ist, denn sie werden jetzt nächstens dann auch eine eigene Plattform ins Web stellen, wo sie dann selber solche Live-Hacks, Ikea-Hacks, was auch immer bringen werden. Auf jeden Fall keine doofe Idee und wäre doch schön, wenn sie da mit der lieben Jules Yap, oder wenn ich sie richtig ausgesprochen habe, einigen könnten, weil die hat doch ein bisschen Reichweite mit ihrem Blog. Dann zu guter Letzt gehen wir noch zu Instagram über. Da gibt es eine Android, oder auf Facebook auf Android gibt es ja eine Beta-App für Instagram und da hat es jetzt ein kleines neues Feature drin, dann man kann oder wird in Zukunft dann können mehrfach Fotos in einen Post mit einbringen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, bei Firmen, die haben das vielfach schon, sprich das Feature gibt es schon für die Möglichkeit beim Bewerben von Produkten, Dienstleistungen und was auch immer und das soll jetzt anscheinend eben durch, ich meine mal jetzt in der Beta für Android, aber dann auch ziemlich schnell auf die anderen Plattformen aufgerollt werden. Das ist sicherlich nicht doof und schön, dass auch Instagram sich ständig weiterentwickelt, werde ich beobachten und ja, ich poste auch immer wieder fleißig in dieses Instagram hinaus. Das war's jetzt eigentlich auch schon wieder mit den ganzen Themen, die ich für euch habe. Ich gehe jetzt schleunigst ins Bett und ja, euch wünsche ich einen wunderschönen Start in diesen neuen Tag. Mittwoch viel Erfolg und wir hören uns morgen morgen wieder. Ich freue mich, bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.